Ja, jetzt wollen wir uns einer neuen Andacht widmen und ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Wir würden uns auch sehr freuen, wenn diese Andachten zu Menschen kommen, die es noch nicht so mit dem lebendigen Glauben haben, für die die Bibel neu ist. Herzlich willkommen alle zusammen. Das Thema lautet, die Bibel richtig versteht. Das ist ja eine wichtige und bedeutsame Frage. Man kann die Bibel lesen, aber wie verstehe ich sie? Matthäus 4, Vers 7, wiederum steht geschrieben, du sollst dem Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Der Teufel führte Jesus nicht in Versuchung, indem er zu ihm sagte, die Bibel ist falsch. Im Gegenteil, er plädierte für die Schrift und berief sich auf sie, als er Jesus empfahl, sich von der Zinne des Tempels zu stürzen, weil doch verheißen sei, dass die Engel ihn auffangen werden. So funktionieren auch heute viele Irrlehrer. Sie berufen sich auf die Heilige Schrift und führen Bibelstellen an. Dabei beachten sie allerdings nicht den Grundsatz, dass man jedes Bibelwort nur im Licht seines unmittelbaren Textzusammenhangs auslegen kann. Und auch nur im Licht des Zusammenhangs der gesamten Schrift. Der Zusammenhang der Bibelstelle, Psalm 91, 11 bis 12, das war die Bibelstelle, die der Teufel zitierte, ist die Zusage Gottes, denen Engel zu senden, die in echte Not geraten sind. Aber nicht denen, die sich mutwillig in eine solche hineinstürzen. Satan versuchte also nichts anderes, als seine teuflische Idee mit einem Bibelwort zu legitimieren. Aber Jesus fiel nicht, wie leider viele Christen heute, auf einen solchen Schriftmissbrauch herein. Stattdessen entgegnete er, wiederum steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, deinen Gott nicht versuchen. Wir sehen, dass der Herr Jesus die Schrift mit der Schrift verstand, die Schrift mit der Schrift auslegte. Daraus folgt, sollte ein Leser die Verheißung von der Bewahrung durch Engel als einen Freibrief für Waghalsigkeit verstehen, überprüfe er bitte, wie die Bibel diese Zusage an anderer Stelle einordnet, dass wir nämlich Gott niemals versuchen sollen. So sagt es 5. Mose 6, Vers 16. Wir haben vor kurzem ein ziemlich aktuelles Beispiel gehabt. Es war der Kirchentag 2023 in Nürnberg. Das Motto hieß, jetzt ist die Zeit. Nach der Bibelstelle Markus 1, Vers 17. Und nun hat man auf dem Kirchentag lauter Anhänge zu diesem einen Satz gemacht, jetzt ist die Zeit. Jetzt ist die Zeit für Umweltschutz, jetzt ist die Zeit für Frieden und weniger Waffen, jetzt ist die Zeit, gegen Rassismus zu stehen, jetzt ist die Zeit für Diversität und so weiter und so fort. Jetzt ist die Zeit für eine politische Agenda. Aber was sagt die Bibelstelle, die der Kirchentag sich zum Motto gemacht hat? Markus 1, Vers 17 sagt nämlich nicht nur, jetzt ist die Zeit, sondern jetzt ist die Zeit, denn das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Die Bibel sagt eigentlich, jetzt ist die Zeit, Buße zu tun. Aber die Kirche missbraucht Gottes Wort und sagt, jetzt ist Zeit für Diversität. Ihr lieben Freunde, so kann man die Bibel missbrauchen. Das wollen wir niemals tun. Um also eine Stelle richtig verstehen zu können, müssen wir den Vers insgesamt und auch die ganze Schrift heranziehen. Denn sie legt sich selbst aus. So hilfreich gute Bücher auch sein können, braucht die Bibel doch keine externen menschlichen Deutungen. Denn alles, was man von ihr wissen muss, erklärt sie selbst. Sie ist nämlich ein in sich abgeschlossenes, vollkommenes, göttliches Werk mit absolut ausreichender Klarheit. Die Bibel ist nicht missverständlich, sondern die Bibel ist klar. Wenn wir den Grundsatz beibehalten, dass sie selber lehrt, was sie sagt und auch selber erklärt, was sie sagt. Darum wollen wir die Bibel nicht mehr durch die Brille unserer vorgefassten Meinungen und Vorlieben lesen, sondern sie in allen ihren Teilen objektiv und fair studieren, damit der Heilige Geist uns auch wirklich in alle ihre Wahrheit leiten kann. Und das ist unser Gebet, das ist unsere Hoffnung, dass Menschen sich durch Gottes Wort mit der Hilfe des Heiligen Geistes in alle Wahrheit leiten lassen. Gott helfe euch allen und uns dabei. In Jesu Namen. Amen.